Was geht ab, ihr Gernschnittchen? Sepp hat mich heute rausgefordert in Beard! Natürlich, ihr Beard, Meister. So, was machen wir denn jetzt hier? Oh, Bram. Jetzt, ja. Das ist ja... Hart abgestoßen. Hier wird ja angezeigt, wo die hinfliegt. Jo, erstmal die Weiße weg! Ah, ist ja okay. Gibt da... hast du direkt verloren, ne? Nee, nee. Ist, glaub ich, die Regel. Foul. War ein kleines Foul. Oh, jetzt darf ich die hinlegen, wo ich will, ne? Ich muss die Eins versenken. Nee, du musst nicht die Eins versenken. Ich dachte, mit der Eins beginne ich. Das ist ein 8-Ball, nicht 9-Ball. Okay, was ist denn ein 8-Ball? 8-Ball ist volle und halbe. Ach, das ist Standard? Ja. Ah, okay. Okay, 8-Ball ist Standard. Aber noch ist keine Kugel verteilt, weil ich ja nur die Weiße versenkt hab. Ja, dann... Das ist ja voll easy so. Guck mal, der zeigt dir das direkt perfekt an und der schlägt ja auch perfekt. Dann kann ich dir nicht sagen, ob das perfekt ist. Ey, so sollte das immer sein. Ja, so sollte das auch in echt sein, oder? Oh, warte mal, wie... Oh, oh man! Okay. Ah, okay, wenn man den Stick nach hinten zieht, dann ist auch direkt... Wenn du loslässt, dann war's das. Okay, jetzt... Die vollen habe ich. Ja, dann gönnen wir uns doch hier... Der zeigt dir sogar an, wen du alles triffst. Ne, der zeigt dir immer an, volle Halbe und so. Ja. Der zeigt halt deine an, weil du die vollen hast. Komm, machen wir mal. Oh, jetzt habe ich eine Halbe versenkt! Und die Acht! Das ist die Schwachung versenkt. What? Du hast verloren. Ja, easy! Easy! Machen wir noch eine, würde ich sagen. Was war das denn jetzt? Erstmal sie! Oh mein Gott, wie krass! Okay, mit der Stärke, das habe ich noch nicht raus, ey. Was war das denn jetzt hier? Geil. Okay. Äh, dann fängst du diesmal an. Und go! Ja, ich glaube, so schnell hast du noch nie einen Billard gewonnen, Bram, oder? Nö, ich glaube auch nicht. Bin ich aber schon ganz schön nice. Scheiße, ey. Was war das denn jetzt? So, wie ist das denn mit dem Stoßen, Ziehen und Loslassen? Ah, okay. Ja, ich kann doch noch variieren. Okay. Hä? Das ist die Halben. Oh, lol! Stark! Double Halbe! Okay, war schon ein ganz guter Anfang. War auch so gewollt. Das war quasi eine volle. War natürlich auch so gewollt. Und, guck mal, den machen wir jetzt auch hier rein. Hinten mit der Bande. Als wenn sie noch fällt, Alter. Easy. Loche die Kugeln. Was? Achso. Okay. So, wen nehmen wir denn jetzt? Als wenn du nur noch drei Kugeln hast. Kriege ich die? Oh, die kriege ich. Bram? Pass auf. Ich mach jetzt direkt in einem alles fertig, okay? Ich bin gespannt. Was? Das passt. Nein! Oh, so knapp. Gut, soviel dazu. Schade. Mich alle in einem. Erstmal großkotzig werden. Bram braucht die Ganzen. Das war auf jeden Fall nicht der klügste Weg, aber macht dann nichts. Und jetzt die weiße direkt hinterher. Oh, der war richtig reingewamst. Da muss man einfach mal, manchmal muss man drauf lunzen. Mhm. Mega entspannt. Ja. So. Und normal hier. Alter, du gibst aber auch immer Knallgas. Oh. Was ist denn, dass da was vor mir liegt? Das gefällt mir irgendwie nicht. Kann ich den kriegen? Na. Weniger. Ganz. Schade. Oh, nee. Komm. Bleib doch ein Stückchen davor liegen. Was? Was heißt denn der Pfeil? Achso, dass ich das bewegen soll. Heißt der Pfeil nach links und rechts. Kann die Linie nicht bis zum Ende durchgezeichnet sein? Das wäre irgendwie einfacher. Ach. Weit daneben. Guck mal, da darf der Bram nicht sein Comeback haben hier. Da schlunzen wir jetzt mal rein. Oh, fast meine gekriegt. Da müssen wir meine Kugel mal ein bisschen verteilen, weißt du. Du kannst aber auch ein bisschen weniger hart, ne? Nee. Also ich weiß, dass das geht, aber... Ballern, Junge. Okay, ballern, Junge. Immer ballern. Das läuft man voll schwer. Ach komm. Ja, nein. Nein. Je mehr ballern. Nein. Jetzt darf der Bram nicht aussuchen. Ja, das ist doch geil, dass ich mir das aussuchen darf. Nee. Genau hier hin. Und dann? Und dann nehmen wir die fünf. Und machen die zehn rein. Das finde ich eine gute Sache. Ach Quatsch, deine zehn schmähen sag ich immer. Ja. Nein. Scheiße. Ja, egal. Zehn schmähen sag ich immer am Bram. Egal. Oh, danke. Du brauchst noch ein bisschen Hilfe, du hast ja schon länger keinen mehr versenkt. Was ist das für eine Länge? Wow. Wow. Oh, Bram, das erste Mal mit weniger Wumms. Aber das war zu viel weniger Wumms. Zu viel weniger Wumms. So, dann kriegen wir dich jetzt da hinten rein. Ja komm, mach mal. Ha! Sehr schön. So, Bram, seine schöne Hand in die Kack-Ecke legen, finde ich gut. Das gefällt mir irgendwie alles nicht. Okay, was brauchen wir eigentlich nur noch? Nur noch die 13. Nur noch die vorne. Ja, das ist doch machbar, oder? Oh, Alter. Die 12, die machen wir jetzt auch. Junge, Junge. Hä? Hä? Gefällt mir nicht. Ich muss ein bisschen weggehen, damit ihr was seht. Ah, Mann. Okay, Bram, jetzt rein. Rein in die Olga. Ja. Und die schwarze reinmachen. Oh, die liegt gar nicht gut für dich, Bram. Moment, ich muss aber kurz die Tür zumachen. So. Ich warte auch kurz auf dich, weil diesen grandiosen Moment sollst du ja miterleben. Bist du bereit, das zu sehen? Ja, ich seh's. So, jetzt muss ich den in die andere Ecke, oder wo muss ich den jetzt hinhauen? Ich hoffe, da sagt er das Spiel sofort. Oh Gott. Hört wer ganz... Sag eine Tasche an. Oh! Ja, die. Hä? Hä? Ey, Bram? Ich muss mich jetzt ein bisschen abgezockt fühlen. Man darf sich das aussuchen. Ja, aber ist ja best of three, Gott sei Dank, ne? Awesome! Get set. Okay. Und jetzt geht's um die Wurst. Jetzt hat man so langsam warm gespielt. So. Jetzt darfst du auch wieder anfangen. Wenn ich einfach 8-Ball hab dafür. Okay. Ich drück dir jetzt richtig an rein. Mh. Ich gönne dir mal einfach direkt drei Kugeln. Bäh! Hauhohohohoh! Hauhohohoh! Hauhohoh! Hauhohohoh! Hauhohoh! Hauhohohoh! Hauhohoh! Ach, Bram, ey! Das war sehr unterwältig, wenn ich davon stattgefunden habe. Also... Uh! Hauhohoh! Hauhohohoh! Aber lass das nicht. Ui. Oh ne, komm nicht auf die Wurst. Immerhin! Ja komm, mir egal. Alter, für den ... Für den Spökes. Oh, herrlich. War lang nicht mehr so gelacht. Okay. Das ist natürlich jetzt suboptimal, dass die so gut liegen, finde ich. Oh, bitter. Ja. Bitteres Rosettchen. Ja, Kugel 1 bis 7. Wenn die 3. Was soll ich tue? Weißt du, was ich mache? Ich baller jetzt einfach mal alle von mir weg hier. Bam. Oh, der ist sogar reingegangen. Da war auch geplant, Bram. Easy. Oder schwer, oder? Nee, doch nicht. Machbar. Oh, was? Hä, so viel Power habe ich doch gar nicht. Ja, du sollst auch was davon haben, Bram, ne? Das ist sehr nett von dir. So. Ob das was wird? Ach, scheiße. Ja! Oh, easy. Da, geh auf die 11. Ja, das glaube ich nicht. Als ob der reingeht. Das ist ja ein geiler Move geworden. Nee, nee. Angetäuscht hier. Gönne ich mir die 11. Scheiße, das ist zu weit. Deine gelbe liegt da so im Weg, ne? Ja, kannst du ruhig gerne mitnehmen. Das ist einfach stark. Oh, Mann, ey. Was ist denn hier los? Okay, das heißt, wir müssen jetzt so machen. Ganz safe. Ey, Moment. Ein Stück antäuschen sollte ich, damit meine Kugel weggeht. Genau, so. Als ob. Aber schon mal prima, sagt mir das Spiel. Ja, ab dafür. Als ob der reingegangen ist. Immer druff. Du spielst doch mit Lineal. Das kann mir gar nicht anders vorstellen, ja. Nö. Und nochmal. Schade. Also der Bram, der ballert lieber ein bisschen mehr. Ja, guck mal, da seh ich doch einen. Ein 100%. Ja, aber auch gemütlich. Ja, muss ja nicht übertreiben, ne? Muss man ja nicht immer, wa? Aber wen nehm ich denn jetzt? Scheiße. Der kollidiert doch voll mit deiner Kackroden. Ja, macht doch nix. Ja, doch. Dann spiel ich den halt dahin. Und die Weiße, die rollt dann halt rein. Mir doch egal. Das ist sowieso jetzt irgendwie schon achtmal passiert. Oh. Oh. Okay. Mhm. Kam anders, wie ich erwartet hatte. Ich komme meistens auch anders, als ich das erwartet habe. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Da schneidet er ihn. Das war auf jeden Fall zu wenig, Bram. Das war ein Ticken. Ja, ich war ein bisschen zu gemütlich. Aber ist okay. Also ist schon okay, wenn du mich gewinnen lassen möchtest. Also, ich kann damit leben. Ich kann damit voll leben. Scheiße. Alter, was liegt denn jetzt hier? Immerhin triffst du sie. Ja, immerhin treff ich sie, aber mehr auch nicht, ne? Da kommt ja ein E-11 dran. Ja. Nicht gut genug, ne? Pass auf. So, jetzt zeig ich dir was. Als ob du jetzt das Double machst. Du wolltest die nur scheiße für mich hin. Wobei, die rote ist okay. Aber die orange liegt jetzt wieder. Kacke. Ah, das stimmt. Die liegt gut. Komm, da musst du noch ein bisschen trainieren für, oder? Gucken wir mal, am Ende der Schlacht werden die Toten gezählt, ne? Das ist richtig. Scheiße, das ist ja volliger Crap hier. Komm, ich hol deine da raus. Das ist okay, oder? Ja. Leg mal eine Perfekter vor. Guck mal, Bram, du musst jetzt nur oben links rein machen. Nee, nee, nee. Warte mal. So, wa? Ja, hätte ich auch gesagt. So, jetzt. Zona, bitte nicht auf. Machen wir jetzt gelb oder rot? Machen wir jetzt gelb. No, oh mein Gott. Oh mein Gott. Als wenn sie da liegen bleibt. Schmeckt. Okay, jetzt müssen wir nur... Das ist jetzt böse. Bram? Ja, ich finde das alles sehr belastend. Sag eine Tasche an. Also, ich weiß, die Mitte ist eigentlich am schwierigsten, ne? Aber man muss ja auch mal Herausforderungen sich im Leben setzen. Sonst wird das ja auch nix. Das könnte aber trotzdem noch fail werden. So einfach ist das gar nicht. Ich hoffe da auch ein bisschen drauf. Habe ich einen Knick in der Update? Ah, jetzt wird aber ein bisschen komisch hier. Ah, geht's halt. Geht's halt. Ja. Da hast du gewonnen. Kann ich nix mehr zu sagen. Nee, kann man auch nicht. Ja, bedankt für's Zuschauen. Sepp ist der eiludige Sieger. Aber ich werde Revanche in einem anderen Spiel. Bis dann. Tschüss. Haut rein. Tschüss.